Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part von Let's Play Mario. Ja ganz herzlich willkommen ich freue mich jetzt darauf auf eine neue Folge von Mario Sports Superstars. Es wird selbstverständlich auch mal wieder Zeit erleben. Diesmal ist die Kamera, denke ich mir auch richtig herum. Heute spielen wir einfach mal eine Runde Reiten, das wird glaube ich cool. Ein Spiel mal wieder und ja, wir haben einfach nur Bock drauf. Wir haben einfach nur Lust drauf auf das Spiel und ich freue mich auch wirklich drauf, ein bisschen mehr auszuflippen. Ich muss eben, ich muss eben mal was Nuckel, was trinken, das gleiche lieben. Ich kann mir eben für euch. Soweit geht es dir lieben. Jetzt kann es so richtig abgehen dir lieben. Ich freue mich sehr drauf. Los geht's. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Ich weiß wirklich alles bei Mario, ich habe Gänsehaut. Weil ich mich so sehr auf das Spiel freue immer wieder. Gute Laune zu haben. Gute Laune ist ja auch wichtig, deswegen. Perfetto. So machen wir es gut bei Mario, genau. Perfetto. Oh Gott, passiert gar nicht, warum ich immer so Quatsch mache. Kann ich auch nicht sagen, den lieben. Jetzt aber. Alles klar, so ist gut. Gut. Jetzt kann ich, wenn ich möchte, diesen Auslauertrang nehmen, aber es geht schon perfekt. Dankeschön. Mach ich auch jetzt mal. So, Perfetto. Perfetto. Sehr schön. Sehr lustig auf jeden Fall. Okay. Okay. Aber echt gut, finde ich. Wirklich gut. Aber wird halt schwerer und wird halt auch kniffliger. Aber so schlecht ist es gerade gar nicht. Also eigentlich finde ich, das ist okay gerade. Ja genau. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh Gott. So, das können wir weiter machen. Gerät ab, ihr lieb. Gerät ab jetzt erst mal. Schön. Gut. So. So. Ihr liebens, geh weiter. Tori aber ... Jetzt geht's wieder gut voran. Ja. Es geht los. So, Perfetto. Cool, cool, cool. Okay. So, here we go. sehr schön jetzt wird es auf jeden fall noch mal spannend sehr schön machen wir echt gut ihr lieben sehr schön so machen wir es gut scheiße egal heute spaßig oder fand ich auf jeden Fall bis jetzt ein sehr spaßiger Part super schön gut ja machen wir auch noch mal das jetzt hier und das was aber dann auch fort okay die letzte strecke jetzt die wir in diesen abschütt machen alles klar vielen Dank ja so ich schaffe heute nicht mehr alles weil ich glaube ich brauch da ein bisschen viel Zeit für das ganze kreppelkrampel mache Lüdi zum Beispiel das kann ich auch morgen erst bringen weil ich da erstmal mich konzentrieren muss was man da machen sollte deswegen im internet nachschauen ist wichtig und deswegen morgen ein tag dauert das noch aber egal wir schaffen das schon so effektor sehr schön sehr schön zession Das ist gut. Das ist gut. Das hat echt gut gemacht, oder ihr Lieben? Also bis gleich, ihr Lieben, vielen Dank für Zuschauen. Jetzt geht es erstmal mit Pokémon und Tormon weiter. So. Ich gehe hier weiter. Ja. Ich freue mich sehr drauf auf. Pokémon Ultramond, genau. Sehr schön. Ist nicht schlimm, alles gut. Gut. Ja. Oh, Rokara ist auch am Start. Guck mal an. Okay. Das war echt gut. Erstmal voll weg zu nehmen und halt, um diesen Rokara einen sauren Schlag ins Gericht zu geben. Sehr schön. So machen wir es gut. Und Flunkgefahr. Ja. Auch. Ist auch dabei. Der Flunkgefahr muss auch noch regeln. Genau. Schade. Passiert aber auch mal. Passiert aber auch mal. Ist egal. So. Perfektor. Vielen Dank. Alles klar. Vielen Dank. So. Los geht's. Weiter geht's. Hier also nix, meine Lieben. Ach, ich brauche mich nicht drauf auf einen neuen Part. Jetzt habe ich auch gerade irgendwie Bock auf das Spiel, deswegen muss es auch mal wieder sein. Alles klar. Wer wird dem Mensch? Oh, schade. Eisenstachel. Okay. Schade. Aber egal. Was soll's. Und ich glaube, dir war es immer für den пал berschersten. Ärztika. Sehr schön. Das ist echt gut gemacht. Na ´ пока. Geräusch caracter. Es ist sehr schön immer. Sehr schöne bis dahinter. Ich weiss nicht, ihr lieben. Das wäre echt gut gemacht. Das ergänkte. 에서. Na ´ h�. Da wäre dasaquาร,íasoch roots. Hier rausge Event. ok jetzt gehe ich hier wohl weiter ich denke mal da gibt es keine richtigen neuen ähm ja tierer sehen muss ich da auch richtig reinschauen hier ist auch ein zeichen aber sonst ist es nix aber trotzdem schön aussicht hier unten ist halt der baum schon krass gemacht auf jeden fall der weg hier sex hier richtig das teil und spannender lassen item sich doch vor sich doch vor sich doch sehr schön das muss auch mal seine lieben perfekte ja es geht so was haben wir denn hier ein ekel abwehr ok gut sehr schön vielen dank alles klar und wenn wir da gemacht kommen wir an sehr schön und das ist der kampf okay haben wir so haben unsere pokémon gehalten die haben wir nicht doch scheiße ja okay dann müssen wir halt sie ein bisschen heiler von unseren geld von unseren ganzen kram aber wir haben auch relativ wir haben auch relativ viel lieber am start also ist nicht so schlimm halt doof aber ja ist halt ein bisschen doof wenn man wieder nach unten laufen möchte da darf lieber dafür erlebt man so viel zeit da fällt aber so viel zeit das möchte ich auch gerade nicht machen sorry bin sofort herum zu laufen ich bin echt voll herum zu laufen und nach unten zu laufen dass die echt nicht machen dass ich auf keinem machen vor ja war ich bin ja kein fan von also so was geht los geht los und geht weiter mit diesem kampf plötzlich kommen sehr schön krautops ok alles klar wenn er war ich jetzt genau vielen dank alter vielen dank